Beim Ringfleischkauf sind einige Dinge zu beachten. Sehr wichtig ist dabei die Fleischreifung, die mindestens 14 Tage betragen soll. Gute Marmorierung und eine eher dunkelrote Fleischfarbe sind weitere Qualitätsindikatoren. Sorgfältiges Zerlegen des Fleisches ist ebenso wichtig. Für Ringfleisch gibt es in der Küche vielfältige Verwendungsmöglichkeiten. Neben Klassikern wie Tafelspitz und Filet finden auch unbekanntere Teile wie das Schulterscherzel ihre Anwendung. Diesen Servicetipp widmen Ihnen das AMA Gütesiegel und die Landwirtschaftskammer Oberösterreich.